Hallo, weiter mit Kingdom Hearts. In meinem letzten Part haben wir geübt, trainiert, besser gesagt. Und in diesem Part hören wir damit auch nicht auf. Nur werde ich versuchen, jetzt ein bisschen der Story ein bisschen mehr zu folgen. Heile mich doch nicht, ich habe volle Leben. Oh. Nein, nicht Feuer. Oh Gott, ey. Baaang. Warum heilst du mich denn? Naja. Nein, oh, fast den Typ geheilt. So, der Dicke ist auch kaputt. Leider walten wir Donald nicht bis zum nächsten Kampf. Das wäre ziemlich nützlich. Aber friedlicher Schatz haben wir bekommen. Okay, suchen wir mal einen Weg. Mogri-Punkte wären nicht schlecht. Oh, feuer dabei. Mogri-Points. Oh, kommt her. Hier, Points. Nein, nein. Oh. Was ist hier? Leben. Und bevor. Hier. Schuss. Och, damn it. Und noch ein Schatz. Okay, irgendwie droppen hier ziemlich viele Schätze. Gut, wie gibt es denn hier zu holen? Ja, da haben wir nicht den Arm. Ne, hier ist falsch. Weltkarte. Gleich nach unten und dann nach rechts. Das machen wir doch gleich mal. Oh. Bringt aber auch nichts. Noch ein nach links. Noch mal Weltkarte gucken. Sind wir da? Da oben passiert was. Oben muss ich lang, okay. Ganz easy, Breezy. Geh, Sova, geh. Danke. Ach, hier war der Eingang, ja. So. Nehmen wir einfach mal auf wirklicher Schatz. Ach, hab ich nicht auf sechs. Na. Nee. Auch nicht. Harmlose Dunkelheit. Jetzt sind die alle harmlos und können wir nichts haben. Auch los. So. Ich will unbedingt sehen, was mit Cloud ist. Gegen den müssen wir uns auch noch fetzen. Ich glaube, man kriegt was Gutes, wenn man gewinnt. Ich bin mir aber auch nicht so sicher gerade. Oh, Mowgli-Points. Und hier müssen wir. Hier sind wir richtig. Die Donderkarte habe ich jetzt ein bisschen verschwendet. Vielleicht keine sieben. Sag mal. Na, die letzte. Um das zu öffnen, brauche ich noch die hier. Und dann geht's weiter. Mit der Story. Na, wo kommt ihr denn her? Ihr habt doch wohl nicht etwa ernst den ersten Lauf geschafft. Na klar. Und jetzt gewinnen wir das Turnier. Dann seid ihr hier richtig. Obwohl ihr gegen Herkules keine Chance habt. Warum nicht? In drei Worten. Ihr seid keine Helden. Du hörst dich. Stimmt, das waren vier Worte. Nicht das. Ich meine, wir wollen... Wir werden uns beweisen. Wir werden beweisen, dass wir Helden sind. Er hat recht, Phil. Sie haben die erste... Die haben die Vorrunde geschafft. Sie haben eine Chance verdient. Du hast völlig recht, Herkules. Aber trotzdem. Natürlich können wir die Spiele auch jederzeit absagen. Absagen? Wozu denn? Ich finde, das erste Kurs war so schwer, dass niemand sonst es geschafft hat. Stimmt das? Das ist doch alles Paletti. Wir machen mit. Dann müsst ihr die Spiele nicht absagen. Was sagst du dazu, Phil? Okay, ihr habt mich überzeugt. Und so läuft's kleiner. Ich heiße Sora, nicht Kleiner. Jaja, schon gut, Sora. Da du mit deinem Team und Herkules die einzigen Teilnehmer sind, sind sie nicht. Hä? Die Spiele haben einen neuen Herausforderer, und haben es klar. Hm. Je mehr, desto besser. Jetzt werden die Spiele langsam sehenswert. Ich freu mich schon drauf. Aber renn nicht damit. Rechne nicht damit, dass ich Gnade walten werde. Keine Sorge, ich kann einsteigen. Geben wir unser Bestes. Genau. Okay, dann heißt es, also auf in den Kampf. Aber zuerst muss ich noch die Regeln erklären. Regel Nummer 1. Wer zuerst durch den Hindernislauf kommt, gewinnt. Regel Nummer 2. Bei einem Gleichstand entscheidet der Kampf über den Sieg. Regel Nummer 3. Es ist erlaubt, den Gegner auf dem Kurs zu behindern. Regel Nummer 4. Alle Herausforderer müssen ihr Bestes geben. Also, genug geredet. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los, Hocher. Schlüssel der Vorsehung. Wir müssen jetzt nicht ernsthaft laufen. Aber ich will euch ja nicht jetzt hier auf die Spanne auf die Schippe halten. Wie heißt das? Okay. Na ja, gehen wir hier lang? Welche Tür haben wir den? Nö. Achso, den gab's. Da. Unten. Da. Da müssen wir nach unten und nach rechts. Man, die Zeit geht so schnell vorbei, wenn ich den Kram hier aufnehme. Andere Let's Plays hin oder her. Mit dem Game bin ich echt zufrieden. Und? Sind wir erst da? Wow. Nett vor, in ihm zu warten, bis wir ihn eingeholt haben. Er wartet nicht. Regel Nummer 3 besagt doch, dass es erlaubt ist, Gegner auf dem Kurs zu behindern. Er möchte seine Chance verbessern. Steckt hier ruhig wieder weg. Ich bin nicht auf einem Kampf mit euch aus, also lauft weiter. Hm? Siehst du, er wollte nur, dass wir aufholen. Jetzt haben wir ihn aufgeholt. Nehmen wir sein Angebot an und laufen weiter. Stimmt, warum eigentlich nicht. Tschüss, Cloud. Bist du ganz sicher? Ich bin nicht wegen des Turniers hier, sondern wegen Herkules. Heute verliert er mehr als nur den Wettkampf. Huh? Heißt er... Aber warum? Was hat er denn getan? Hier geht's ums Geschäft. Also halte ich da raus und gewin das Turnier. Weißt du, was du da tust? Es ist erlaubt, den Gegner auf dem Kurs zu behindern. Du bist nicht der Einzige, der Herkules besiegen möchte. Wir werden aber, glaube ich, verlieren. Großer Fehler. Let's battle! Dammit! Aua! Holy crap! Heal! Dammit! Nose! Anno! Bam! Weiter laufen! Auauch! Auauch! Oh man! Auauch! Ich weiß gar nicht, ob man gewinnen muss. Würde mich jetzt aber wundern, weil der echt nicht so einfach ist. Oh, Donald, bitte heil mich! Du bist so'n Arschloch! Du bist so'n blödes Arschloch, Donald! Oh, läuft ja genau hinter ihn. Oh, dammit! Muss man ihn besiegen oder nicht? Nö, muss man tatsächlich, so ne Scheiße! Gut, dann mach ich hier einen Cut. Wir machen hier gleich weiter an dieser Stelle. No, er darf hostet. No, er darf hostet.